Da steht unser Timmy und hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir haben einen kleinen Auftrag für unseren Freund Gerrit. Und ich habe ihm die Sachen besorgt. Mir ist noch nicht immer nicht wohl dabei. Rivelio. Da kommen wir irgendwie nicht hin, ne? Das muss irgendwo... Ist das draußen? Jetzt muss ich mal gucken. Wartet mal. Wir können ja hier rausgehen. So. Das ist irgendwo oben. Und hier ist eine Treppe. Hier kann man hoch. Das ist eine versteckte Augentruhe. Äh. Da ist sie. Dann ist das... Die haben wir ordentlich leer geräubert. Und die sind dann immer so traurig. Das tut mir... Guck mal, die weint fast. Äh. Inventar. War das da zu sehen? Nein. Ausrüstung. War das da zu sehen? Ja. Ne? Wir haben ordentlich schon ein bisschen Geld zusammen. Aber ich weiß nicht, was noch passiert alles hier. Ah. So. Ich trinke mal einen Schluck. Ah. So. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Jetzt aber nichts wie hin zu Gareth. Der wartet nämlich schon ganz. Sehnsüchtig da oben irgendwo. Warum soll ich da rumlaufen? Ich kann auch hier rumlaufen. Hallo, Gareth. Hallo, Gareth. Ich habe die Billiwick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Gerne doch. Hier hast du sie. Genial. Kannst kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Wissbier fertig ist. Wissbier? Ja, wir müssen die ja machen. Wir müssen Beziehungsaufträge durchführen. Da. Aufträge. Ich habe immer noch nicht. Mir fehlt ein Kampf. So. Das ist aber nicht hier. Das ist außerhalb des Schlosses. Wir wollen mal gucken, wo das ist. Entschuldigung. Ich sehe, dass ich immer rumhuste. Aha. Verbotener Wald. Was ist das hier? Hoxmeet. Da haben wir. Oh nein. Oh, ich. Die Kartensteuerung. Da können wir doch den nehmen. Da kommen wir gerade her. Na gut. Reisen wir da hin. Auf geht's nach Hoxmeet. Jetzt müssen wir... Da sind wieder Steine, ne? Da lang. Okay, okay. Entschuldigung. Ich hoffe, ich schneide das alles raus. Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ach, die sind hier drin. Ne. Ne. Schläfst du? Jetzt schläfst du bestimmt besser. Die brauchen wir für einen Edurus-Trank oder so, wie das da hieß. Nehmen wir doch sowas nicht. Ist da ein Schloss vor? Ach, das haben wir noch nicht fertig gemacht. Ne, oder wir waren hier noch nicht. Wenn ich mir die Truhen so anschaue, war ich hier noch nicht. Können wieder Dinge verkaufen, ne? Ach so. Ich brauch den Luminus. Na, den hier brauch ich. Die mach ich mal hier unten hin. Warum mach ich das falsch? Bei den Luminus. Äh, wo ist denn hier das Ding? Huch, was machst du denn? Ich hab doch hier so ein... Ach hier, da. Aber der ist doch... Der ist doch... Da muss eine Lampe sein. Was haben wir denn da? Ach hier. Eine Lampe und ein Pfad. Aber eine andere Lampe. Hier. Was haben wir da? Da oben drauf. Guck mal, da ist er. Äh, nein. Ich hab den nicht mehr da oben gehabt. Ich geb's zu. Jetzt kriegen wir noch eine Seite. Cool. Ich hab's wieder getan. Ich muss mir den wieder da oben drauflegen. Ich hab mich da so dran gewöhnt. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Äh, warum ist jetzt hier Nebel? Da unten ist der Weg, wo wir lang müssen. Hattest du deinen Spaß mit den Vögeln? Wo bin ich denn hier? Cool. Oder auch nicht cool. Hier gibt's Dinge. Ach, Düner. Das sind aber mal ein paar Kürbisse. Da kommt der gar nicht rüber. So fett sind die. Ein fetter Kürbis. Kürbis. So was. Oh, scheiße. Was ist mit diesem Ort? Das ist eine normale Truhe. Da hinten müssen wir hin. Blutegelsaft. Hier ist eine umgefallene Karre. Aha. Oh, der schläft. Ne, lassen wir mal schlafen. Da zu diesem Haus sollen wir. Da sind aber noch andere Sachen. Hier sind Spinnen. Würde ich sagen. Ja, ich werde da hingelockt, ne? Ja. Na gut, wir müssen ja nicht weiter gehen, ne? Wir müssen zu diesem Haus. Man kriegt Erfahrungspunkte nicht nur durch die. Die sahen auch schon mal besser aus. Die Buchseiten, man kriegt die natürlich auch durch sowas. Habe ich so zumindest das Gefühl. Da ist wieder ein Spiegel. Ne, da ist ein Feuer. Ah, noja. Hier gibt's Claire Beaumont. Sehr erfreut. Ranrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolph wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Warum verlassen sie die Gegend nicht einfach? Aber Hogsfield ist mein Zuhause. Bardolph und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ranrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Ranrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Wie kam ihr Bruder Bardolph nach St. Mungo? Ach, Bardolph hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Ranrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, beigerte sich Bardolph standhaft. In ihren Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an einer Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Ich kenne Ranrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien sie vorsichtig. Okay. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Was ist das? Zwei Kerzen bei einer Brücke. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Das ist drinnen. Warte, 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 warte. Ich komme hier nicht rüber. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Sind alle drinnen, ne? Rebellion. Rebellion kennen kein Maß. Nicht einmal bei Schülern. So. So. Aufträge. Lagerabbruch. Ein Hauf von Liebe. Den haben wir jetzt ausgewählt, ne? Oh Gott. Ich möchte natürlich hier erstmal noch in Ruhe mich umschauen. Und Dinge mitnehmen, die ich mitnehmen kann. Rebellion. 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 Ich will nicht. Ah, ich muss das fast kaputt machen. So. Andere ist weg. Och, eine neue Schuluniform mit Weste, die sogar besser ist. Wie ist mir in so einem kleinen Dorf wohl? Rebellion. Da ist eine Seite. Guck mal da. Kürbislimo. Aha. Herausforderung freigeschaltet. Sammel 15.000 Seiten. Oder so. Warum er jetzt so langsam hier ging, weiß ich auch nicht. Rebellion. Vielleicht fördert hier auch ja wieder was rum. Das sollte ich untersuchen. Habe ich das genommen? Was war das? Das war ich nicht. Wir gehen da gleich mal hin. Jetzt gehen wir hier erstmal rein. Was macht man mit diesen Statuen hier? Mit denen kann man was machen. Nein! Du sollst kein Bier saufen. Oh, dieser Mensch. Rebellion. Ich könnte Gold gebrauchen. Ja, wer nicht? Wer nicht? Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die... Irgendetwas mit seinem... Ach, da sind sie ja. Ach ja. Hier sollen wir hin. Ich will aber noch nicht mit ihr interagieren. Das machen wir später. Wir haben hier einen Auftrag und um den kümmern wir uns jetzt. Speicher vor nochmal, glaube ich. Vielleicht sterben wir ja auch das erste Mal. Ich benutze ja meine Sachen wieder... Sehr selten, wollte ich sagen. Erstmal haben wir hier noch Ausrüstung bekommen. Hier, Brille. Die ist gesperrt. Die bringt nichts. Die habe ich an. Handschuhe noch andere. Gut. Hier haben wir einen anderen Mantel. Der bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Und hier, die Uniform war, glaube ich, besser, ne? Eine war hier besser. Die hier, ne? Genau. Ich kann die natürlich ganz verschwinden lassen. Das bringt aber nicht so viel. Ich würde wieder die nehmen, so. Das passt schön. Was ist hier? Kann ich hier was abholen? Hier, Handbuchseiten. Das wäre cool. Nee, hier habe ich nur was freigeschalten. Hier fehlen mir noch welche. Hier fehlen mir noch welche. Aha. Und Kampf? Habe ich was Neues gekriegt, wahrscheinlich. Aber jetzt, das ist gut. Ich mache das auch mit Absicht. Abgeschlossen. Hier. Ausrüstungsrezeptbelohnung. Lupusschutz. Aha. Ach, ein Schutz gegen Straßenköter. Weil, dann kann ich auch mal ein bisschen Ausweichen üben. So, weil es geht. Dann wollen wir mal gucken. Da unten sind die schon. Reveglio. So, und dann brauche ich keinen Lumos-Zauber da. Wenn denn mit allen Mitteln. Reveglio. Ja. Gerne hätte ich jetzt einen Speckpilz eintopfen. Einen Speckpilz? Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Sind gar nicht so viele, ne? Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Zerlege dich runter. Ich werde nicht... Protego. Was ist von mir? Du. 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 Du wirst bereuen, hier zu sein. Geh drüben. Schön, dass du mal vorweist. Du wirst bereuen, hier zu sein. Du wirst leiden. Ich versuche auszuweichen. Na, das sollte schnell gehen. Na, nur mach. Oh, habt ihr das gesehen? Ich werde nicht ruhen. Protego, du hast mehr Ausdauer als ich. Nein! Dafür wirst du bezahlen. Bringt man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Na, na? Idiose. Ich werde nicht ruhen, bis du todmesser. Ein Lager erledigt. Eins übrig. Reveilium. Wir gucken erst mal, ne? Hui. Oh. Entschuldigung. Das ließ sich nicht unterdrücken oder unterbinden. Keine Chance. Es ist aber sehr ärmlich hier. Wo ist das nächste Lager? Da hinten. Was ist das da? Es gibt hier immer Dinge zu entdecken. Das ist natürlich wunderschön. Oh, meine Nase. Ach, das ist ein Händler? Der kommt mir sehr gelegen. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine Wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Alraune. Ah, hier. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Brauchen wir immer. Das brauche ich nicht. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Wir brauchen Kohle. Was hat er denn noch? Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Der ist aber teuer, kaufe ich nicht mehr. Mega-Power-Trank. Kaufe ich mal drei. Eduros Maxima-Trank. Ich habe ja genug Geld. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und ich glaube, wenn ich den gedrückt halte, habe ich hier aber keinen. Hier habe ich den Maxima-Trank, Eduros-Trank. Und... Ist das da unten die 21? Die kann ich nicht einstellen, ne? Na, ich habe auch noch nicht so viele Slots frei. Hier liegt wieder was? Wer hier wohl gelebt hat? Entschuldigung. Das kommt jetzt durch mein Genieße. Auch da hoffe ich, dass ich das alles rausschneide. Hier ist alte Magie. Kann ich da drücken? Nee. Ich komme... Ich komme hier nicht hin, ne? Warte mal. Vielleicht von hier oben. Incendio! Reveglio! Ich habe doch hier eben... Hä, bin ich da drin vorbeigelaufen? Ja. Was war das jetzt? Ich will nur gucken, ob hier oben noch was ist. Jetzt geht es runter. Cool. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß es echt nicht. Geht unten weiter. Aha. Ich habe hier aber alles, ne? War das nur zum Looten? Kann sein, ne? Wir haben hier 22 Mega-Power-Tränke. Ich habe immer noch keinen gebraucht. Noch. Ich mache es bestimmt nicht für immer. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. So, Freund. Ich fall dir jetzt in den Rücken. Wow. Ah! Idiose. Ah. Ah. Ich werde dann... Ja. Wann gibst du endlich auf? Nein! Und? Protego! Schön, dass du mal vorbeikommst. Ein lässt dir das nicht weniger. Ja! Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Ich muss noch ausweichen. Ich hoffe, das zählt. Ich habe gar nicht geguckt. Du bist wie ein Blummbumbild, den ich zerquetsche. Vilioso! Nein! Incentive! So, das war es schon. Wartet mal. Wir brauchen ja bloß mal bei Aufträgen nachschauen. Oh Mann, die Nase. Entschuldigung. Was mache ich denn hier? Aufträge, habe ich gesagt. Ja, ich habe es gemacht. Gut, dann kann ich ja... Jetzt brauche ich nicht mehr so viel rumspielen. Dann kann ich mich ja gleich um alles kümmern. Besonders klug zurückzukommen. Protego! Du vor. Es hat schon wieder... Das ist natürlich dann doof. Das ist sogar richtig doof. Hat euch alle in den Untergang geführt. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Geht nicht kaputt. Rivelio. Er bleibt immer hängen und... Das ist so doof hier. Da bin ich nicht drauf vorbereitet, dass er das tut. Also das Hängen gebleibe. So, dann werde ich nochmal... Die Folge wird dann ganz klein wenig länger. Wir werden jetzt mal zu der Dame zurückgegehen. Ich will aber gucken, was da ist. Was ist das da? Das ist das andere Lager, ne? Sind die jetzt wieder da? Revelio. Nein? Gut. Da liegt aber noch was. Und dann können wir ja mal gucken... Oh, ich will laufen. Ob wir was verkaufen können. Wir haben ja wieder Sachen. Zum Verkaufen meine ich. Und dann können wir Feierabend machen. Für die Folge. Und ich auch für heute. Spät genug. Will nur gucken, ob da was drin ist. Ja. Oh, wir haben einen neuen Griff. Für einen Zauberstab. Cool. Wer hier wohl wohnt? Da ist sie. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber... Ich hab's geschafft. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Kobolde, aha. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Das wird Ihnen gefallen. Eine gute Wahl. Ich kaufe erstmal alles, was sie hier hat, weil da können wir nie genug von haben. Guck mal, 43. Wir müssen mal gucken. Ja, wir müssen ja auch noch zu dieser Dame. Wir haben aber erstmal jetzt hier ein paar Freunde gewonnen, glaube ich. Und hier gucken wir mal meine Ausrüstung an. Handschuhe. Die nehmen wir natürlich. Brille. Brille. Ist keine, die besser ist. Gut. Mütze. Haben wir nur die eine. Schal. Haben wir nur Sonne. Auch nur. Ja, die habe ich an. Gut, mehr ist da jetzt nicht rauszuholen. Hier haben wir noch ein anderes Heft. Ja, kann man auch mal machen. Geht auch. Hier könnte man auch. Aber ich finde das hier schöner. Das hatten wir. Also das hier oben. Ich lasse das mal jetzt. Ich finde das hier schöner. So. Handschuhe können wieder weg. Ich bin 19. Zarte 19. Und ich kann immer noch kein Schloss knacken. Was denn? Gut, ich würde dann sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Folge war lang genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne Timmy? Tschüss.